Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal wieder so ein kleines Podcast mit ein paar Bildern, um euch einfach mal wieder zu verdeutlichen, was ist denn im Moment aktuell mit unserem Wetter überhaupt los. Gibt es denn da irgendwie auch mal eine Änderung in irgendeine Richtung? Nun, ich kann euch dazu sagen, aktuell wird sich nicht viel ändern an der Wetterlage. Während gestern wirklich mal wieder seit langem die Sonne sich am Himmel blicken hat lassen, ja, guckt heute raus, ist das schon wieder vorbei. Und das liegt einfach daran, dass ein neues Tiefdruckgebiet unser Wetter in den kommenden Tagen beeinflussen wird. Was ein Wunder, ein neues Tiefdruckgebiet. Und zwar hier, das liegt im Moment noch über Island, also quasi zwischen Island und den britischen Inseln. Und dieses Tiefdruckgebiet wird wieder Wind bringen, es wird wieder Schauer bringen, aber es wird auch noch was anderes bringen. Nein, keine Angst, es gibt keinen Wintereinbruch bis in tiefe Lagen, um Gottes Willen. Und ich weiß auch heute noch nicht, wie das Wetter an Weihnachten wird. Das wissen übrigens die ganzen Leute, die das schreiben, auch nicht. Die schreiben es halt einfach, weil sie denken, boah, die wissen Wintereinbruch, Wintereinbruch. Ja, die wissen auch nichts. Also das ist alles nur Clickbait und Mutmaßungen und Spekulationen. Denkt einfach an die Jahre zurück. Da hat man diese Artikel auch immer geschrieben und im Winter hat man angefangen, über den Sommer zu reden, bla 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 bla. Leute, klickt sowas überhaupt nicht mehr an. Die wollen damit nur Geld verdienen, aber sei es drum. Ja, wir gehen zurück zum Kernthema Wetter. Wie ihr seht, dieses Tiefdruckgebiet wird uns auch heute wieder beschäftigen. Der Wind bleibt, es wird wieder mehr Schauer geben. Und jetzt kommt, ja, jetzt kommt das Nächste. Zum Wochenende wird sich dieses Tiefdruckgebiet verlagern. Und zum Wochenende wird dann die Strömung quasi kurzzeitig mal auf Nordwest drehen. Und wer noch Erinnerungen hat, ich hatte ja mal so eine Grafik gemacht, wo kommt die kalte Luft her? Ja, die kalte Luft kommt aus dem Norden vom Polarkreis und die kommt als Russenpeitsche von Sibirien. Aber Sibirien lassen wir jetzt mal außen vor. Auf jeden Fall wird es so sein, dass am Wochenende bzw. Ende der Woche dieses Tiefdruckgebiet kurzzeitig kältere Luftmassen aus Norden ansaugen wird. Und das wird sich dementsprechend auch bei unseren Temperaturen bemerkbar machen. Oh, Moment, ich muss das mal ein bisschen anschaulicher machen. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Moment. Ach du meine Güte, was sage ich? Ach, die tollen Grafiken hier, die sind immer wieder gut. Aber Moment, ich kriege das auch noch hin. Ja, auf jeden Fall egal. Ihr seht, was ich zeigen will. Und zwar ist das die Grafik aktuell für die Temperaturen in Mittelhessen. Während es bis zum Donnerstag eigentlich bei dem Wetter bleibt, das wir jetzt die ganze Zeit hatten, wird es zum Wochenende deutlich oder, naja, deutlich, bisschen spürbar kühler. Das liegt eben daran, dass die nordwestliche Strömung da ein bisschen mehr Kaltluft ranpustet. Das bedeutet, dass quasi am Wochenende, naja, so in der Rhön und auch in den Bergen Waldeckerland und so weiter auch mal Frostgefahr besteht. Was ein Wort Frostgefahr. Und jetzt passt auf. Es kann. Also auf der Wasserkuppe und auf den höchsten Bergen von Hessen kann sich sogar mal eine Schneeflocke darunter mischen. Egal, was ihr jetzt wieder lest, jetzt kommt der Wintereinbruch. Nein, nein. Es kann durchaus auch mal eine Schneeflocke geben, vielleicht auch zwei oder drei. Aber das wird trotzdem kein Wintereinbruch. Und wenn ihr diese Kurve hier mal verfolgt, das geht maximal bis zum Montag und dann geht es auch schon wieder hinauf mit den Temperaturen, weil das Tiefdruckgebiet ist dann irgendwie wieder verschwunden und das nächste steht in den Startlöchern und bringt wieder die Westwetterlage, die wir die ganze Zeit hatten. Ja, was soll ich euch sagen? Es steht einfach nichts Neues an und täglich grüßt das Murmeltier. Aber sobald irgendwas Markantes auf dem Weg nach Hessen ist, werde ich es euch natürlich mitteilen. Das war es erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.